Hallo, ich bin der Florian, ich bin 27 Jahre alt und bin nun jetzt seit Anfang 2019 in der BMW Niederlassung Stuttgart als BMW Genius tätig. Also ich als BMW Genius bin der Erstansprechpartner für den Kunden auf der Verkaufsfläche und auch ein wenig die Schnittstelle zwischen Verkäufer und Kunde. So versuche ich halt Tag für Tag alle Fragen rund ums Fahrzeug dem Kunden zu erklären und für ihn in allen Belangen da zu sein und eben auch mit dem Kunden zusammen das maßgeschneiderte Fahrzeug für ihn zu finden. Somit komme ich dann auch zum Besten an meinem Job, dass ich eben Tag für Tag mit jedem Kunden mit einem gewissen Wow-Effekt die einzelnen Facetten unserer Fahrzeuge einfach so näher bringen kann. Wenn ich alles Geld der Welt hätte, dann würde ich mir einmal einen alten Mini Cooper holen, also wirklich bis Baujahr 2000 und das andere wäre ein BMW 2002 TI.